Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Euch interessieren aktuelle Videos aus Siede, Kumkoy und Efrenseki. Dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben Ende Januar. Heute ist ein super Wetter. Wir haben um die 10 Grad und einen fantastischen Tonnenschein. Allerdings muss man dazu sagen, die letzten 10 Tage waren hier sehr, sehr unangenehm. Es gab Schnee und Hagel und es hat fast jeden Tag gewittert. Untertitelung des ZDF, 2021 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.